Da sind zwei Raptoren. Ich schneide mal da wegfliegen bevor die mich sehen. Interessant. Was? Ich habe gerade bei Humor auf dem Discard gelesen, der folgt schon um 19 Uhr an. Da ist wieder ein Wolf. Ah, das wird ja was Tolles, ey. So, ähm, ich brauche jetzt mal kurz die Erweiterung. Ich brauche jetzt noch einen Verbedeubungsfall. Brauchst du noch ein paar? Ja. Ich muss ja damit klarkommen, wir brauchen ja beide welche. So. Oh. So. Oh. Shit, ich kenne mich. Fuck. Oh. Shit, ich kenne mich. So. Ich kenne mich. So, das sollte erstmal reichen, so ein bisschen mehr Sauerstoff. Brauchst du denn hier wieder schönes? Da sind doch doch die Wände. Ah. Ah. Geht. Kein Eindrisspunkt. Kein Fundament, ich glaub's ja nicht. Kein Eindrisspunkt. So. Ach ja. Grundracht, Odo. Genau, spring ins Feuer. Das, das, das. 20 Stück zum Plotieren. So. So. Eins, zwei, drei, vier. Ähm. Das Gewicht. So. Dann bauen wir hier einfach mal schnell so einen kleinen Durchgang. So. 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 Ah, hier ist die Tür, wir sind frei, das brauche ich noch mal zwei, ganz leider haben Da haben wir keine mehr, ne, verdammt Was? Als Sleiter Soll ich dir welche bauen? Ah, ne, ich bin schon wieder dabei Das schon Wasser So, dann geht hier an bei So, ich brauche jetzt noch mal Wendler Wenn du Level 63 oder so hast, musst du mir mal Bescheid sagen Wann können wir den Pronto-Sattel bauen? Oh, Level 44 bin ich schon So, Level 44 bin ich schon So Good So Also von außen, die Leiter reiße ich jetzt ab, ne? Hast du gehört? Ja Kannst du jetzt von innen hochgehen Hier ist ein Tag-Paarer am Strom, am Wasser Ja, freu die Aber ich kann mir den gerade nicht holen Ich auch gerade nicht Ich bin gerade das Die Ebene für So viel 30 Ihr wollt nicht so viel Geld für Spiele ausgeben, weil sie zu teuer sind Dann checkt man mal einen Partner ab Instant Gaming Gleiche Spiele für faire Preise Link unten in der Beschreibung Gerade die Ebene für Ach, wie heißt es so schön Die Ebene für Unsere Flug Flugsaus zu bauen Was haben wir gesagt? Drei Äh, drei Mauern hoch, wenn die Pentratons reinkommen sollen, gell? Äh, ja Uns passiert jetzt nämlich das mal wie gestern Dass ich Ich an der Decke Decke dann hängen Aber das kennen wir ja Den Deckenhänger, ne? Eck 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 Ich bin immer noch zu schwer Na gut, äh Bleib da Bleib da Bleib da Ich bin immer noch zu schwer Es gibt so Gut, halbieren Bände sind schwer 120 Kilo, was da ist Soll doch trotzdem funktionieren So Wenn du vorher Gewicht riskiert hast Die sieben bitte Dann Hier eins Hier eins So Und hier eins Du bist männlich Und was bist du? Weiblich Das ist schon mal gut Also die Techparas sind Verschieden Geflüchtlich Okay So Das wird jetzt erst mal unsere Na super privaten Etagen Primars Eis Ja Das wird Ja Vi博ier Ich wollte eigentlich die Tür haben, was setze ich hin? Der Ei Ja, das ist das gleiche Gut, so Gut Da drückt man die Falschtaste So, die Wände brauche ich jetzt nämlich, jetzt brauche ich diese Decken Alpes, Stein Stroh, Drucker Und da weiß ich Dann brauche ich die So, dann gehen wir an die Standardfackel ran Was ist das? Standardfackel Marcel, Moin Hi Na, geht's denn dir? Marcel Der alte Träger Da Tackel Äh Gericht Da kann mein Fleisch drucken Ja Ein bisschen Dinos am zocken Und dann ab 19 Uhr geht's dann los Und Der große Preis vom Ungarn Ich freu mich schon drauf Achso Achso Ja, hast du ja Habe ich schon gesagt, oder? Dass Babel mitfährt Pendradon wird gekillt vom Wölf Haben wir einen Wolf hier drin? Persönlich Weil mein Pendradon wird gekillt Ähh Ja, die Barrikade ist kaputt Das heißt Ja Ja, da hinten Der geht immer auch da hinten rum Ja, da sind da Barrikade drin Meinst du den schaffen wir zu zweit? Eigentlich schon Eigentlich schon Hab ihn Alles klar, wir brauchen ja Steinfundament Das wird lang halt Ähm Hier ist auch noch ein Raptor, ne? Ja Das heißt, da müsste noch irgendwo ein Raptor sein So Da können wir von Glück sagen, dass die Tech Paras hier unten waren Mh Ähm So So So, jetzt noch mal ein bisschen Pilz Ah, eine Na gut Dann werde ich mal schnell hier welche Produzieren Ähm Steine Das wollte ich jetzt eigentlich grad machen Ähm Das wollen wir noch Ähm Steine Ah, komm Drei 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 Stücks Könntest du noch mal Steine sammeln Schöne Gedanke. Eieiei. So, ich geh mal kurz in die Box. Stopp, geht gleich weiter. So, ich geh mal kurz in die Box.